Sie sind nicht auf den Mund gefallen, tragen Ihr Herz auf der Zunge und machen sich damit nicht nur Freunde? Worte haben große Macht. Zu diesem Thema gibt es ein Buch von Joyce Meyer. Ich und meine große Klappe. Lernen Sie, Gutes auszusprechen oder sich auch mal auf die Zunge zu beißen. Bestellen Sie das Buch Ich und meine große Klappe. Im Internet unter joyce-meyer.de oder telefonisch unter 040 88 88 411 11.